hallo und herzlich willkommen heute bin ich mal wieder auf die jagd nach dem ticket und habe das spiel idol heroes viel spaß okay dann fangen wir mal an wir gehen bei dame hin holen uns erstmal wir gehen dahin wo die ganzen punkte erst mal sind und sie erlauben ja 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 Das war's. Okay. 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 Perfect. Okay. Okay. Schreibtisch fällt auseinander. Okay. Okay. All right. Okay. Here we go. Okay. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Okay, das war's. Das war's für heute. Das war's für heute. Keine Steine mehr. Das war's für heute. 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 Ich musste erst bei 13,5 Kampagnen Oh ne das, darauf habe ich keinen Lust, das dauert immer zu lange Da hatte ich einmal 42 solche Medallien zu drehen Und ich konnte die hier nicht benutzen Da muss ich alle einzeln anwählen, da ist das auch heftig Bis auf 13,5 Hm, bekomme ich denn so weit Ich glaube nicht Ich bin jetzt Das war's für heute. Nice Ja Locker Wo ist das schon jemand gut? Ja Es wird immer schwieriger So Kommen wir mal weiter Ja 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 Oh Ja 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 Genau Ja 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 Jawohl. Noch eine und dann habe ich was freigespielt. Subi. Und jetzt spiele ich was frei. Wenn ich gewinne. Ansonsten nicht. Ah doch, das geht nicht. Oder? Ja gut. Super. Normal habe ich durchgespielt. Jetzt spiele ich auf All Traum. Da gibt es noch Hölle, Tod, Viere, Irre und Apokalypse. Wow. Ich bringe einen hin auf 160. Da will ich Probleme haben. Ich glaube auch Fusion ist das. Das ist eine schnelle Auswahl. Das ist eine freigeschleitende. Wofür sind die Hellen hier drin? Sprecher. Sprecher. Okay. Ja gut. Das war's für heute. 140 bringen. So, max level. Den wollte ich nicht mal weiter auflevel, weil davon habe ich ja schon zwei stück. Dann gehen wir mal hier runter mit dem 5 Sterne Helden. Der. 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 Oh, Christoph. Oh, schade. So, auch 57 Punkte. Oh, not. Oh, not. Oh, not. Oh, not. Oh, not. Oh, not. Ich leviere immer nur die Leute auf, die fünf Sterne haben. Das ist ja nicht mehr viel, nur bis dahin. Nicht mehr viel. Der Einer hat hier schon 30 Punkte, steht immer noch hier. Ach, das ist ein Level 4er, deswegen habe ich da ja voll vertan. Ich kann halt nicht zählen. Ich kann halt nicht zählen. So, ein Handy kann ich noch holen. Das sind die 4er. Da, den kann ich noch holen. Wenn ich noch so viel Energie habe, kann ich den hier ganz oben doch auch noch weiterleffen. Okay. Okay. 13 Punkte geht noch nicht. Okay, das war alles, was ich machen wollte. Dann werden wir mal das Spiel. Hol das Ticket ab. Und ich sage Dankeschön fürs Zuschauen. Ich würde mich freuen, wenn ihr beim nächsten Mal dabei seid. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und auf Wiedersehen. Ciao. Ciao. Ciao.